also muss natürlich eine runde wie eine kleine richtig geil ich hatte kein cha 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 auch richtig so wollen wir hin leute peccato oder wett oder elpozlo weiter jump ihr habt welche hinter euch ne wollen wir die schnell uns weg holen die laufen die laufen jetzt schon hier bei der halle da sind da sind auch welche in der luft noch ja einer ist in der luft also ich bin bei pfc er gleitet über die halle er ist weiter alle zweite halle ich gebe die vss oder die schrot oder was auch immer ich beschleunige ich laufe beschleunigt er kommt zu uns er kommt zu uns in rechts draußen wo sind die läufer wo sind die läufer hinter uns oder nein ich hab keine läufer gesehen ich hab noch backsteinhäuschen gesehen rechts hier rechts mein marker hinterm stein mach nicht zu oft ich komme gleich zu euch ich suche nur noch eine weste habt ihr die jetzt im blick wo die waren oder nicht wir sind zwei mann drin we got your back ich sehe die hintertür war am fenster hintertür hintertür hat gefressen ich werde vom hügel beschossen vom hügel aus 20 oder so mein mark mein mark mein mark am baum yo er ist der hitter der hitter of the world er läuft da hinten weg einer der fall hat mir genockt ich hab den rechts genockt mir finisht er hat den anderen genockt es sei denn nur noch der aufm berg oder könnte quasi ein 3er squad gewesen sein ne könnte aufm berg immer noch der aufm berg immer noch die hügel runter ja genau deswegen das ist einer aufm berg ok ich hätte ihn halt nicht kannst du ihn markieren irgendwie mach mal einen neuen marker bitte ja sofort ich hab ihn grad nicht in Sicht wo er ungefähr ist hier ungefähr irgendwo da ja ich sehe ich sehe er läuft auch ruhig zu ja der war instant dann sind alle weg jetzt hätte ich jetzt gedacht oder ja das sah so ein bisschen bottig aus mit dem bekannten ganz leisen V12-Motor war der ja ja klingt ja schon verpeilt und verschrabbert alles verpeilert truff 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 äh war schon in der Box-Arena? ja ich und hast du gewonnen? mhm hier liegt noch ne Auge erinnern möchte ne ich hab zwei das ist ok ist auch das allerleiseste Auto was ich gefunden hab hier ist auch für seine Stille bekannt der Mann mit Pferdeschwanz wieso egal oh der hat ihn einen tiefen Schluck genommen das mach ich jetzt auch erstmal ihn tief nehmen? ja du ja du du ja ich bin komplett gucci ja kappelt immer gut richtig gut schicken kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen ich habe Angst ruhig 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 zu mir ja zu mir links links wo fahrt ihr hin? wo fahrt ihr hin? ist auch ok müssen was für die Glase auch noch machen dann müssen wir uns wieder bewegen ich mag immer nicht so viel bewegen nur das rein rausspielen dann ist auch schon hier zu vieles und der Arzt hat uns auch gesagt sie müssen mehr trinken ich sag wenn sie wüssten so so wir haben Zonenglück nice unter der Brücke glaube ich unter der Brücke Richtung Brücke Richtung Brücke links neben der Brücke da irgendwo ja ja der taus ja ja linke oben links das Fenster und rechts hier Fallschirm hier Fallschirm bei der Brücke runter beim grünen Unikler ja beim grünen Marker der tauscht dahinter wir haben keine Fenster Richtung Westen das wird ja scheiße willst du doch mal gucken Tick so Westen oder wirst du dann beschossen? aber ich guck gerade nach Richtung und Ron so ne 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 wir müssen eigentlich irgendwo in die Stadt rein crashen also ich hab noch ein Fahrzeug ne wir sollten nicht früh spielen da defc da hier ist war da go 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 und smog und irgendwie ich falls auf irgendein Haus so geradezu einfach Kämmer jetzt geradezu. Verlitt nicht Smoke. Hier sind wir hier drin, ne? Ja. Der kam schon raus. Der ist um der Ecke dran. Jeder muss herkommen. Ihr kappt die Treppe im Blick. Granate. Oh nein, Nachbar hoch. Loll, ey. Schon wieder so ein krasser Typ mit Level 3 Millionen. So hochgegangen noch? Ja. Sind wir seitdem? Warte mal, ich will mal... ...blenden die Werfen bevor ich... Der Schrotze, der Schrotze, der Schrotze bist du. Nein. Schön. Schön. Achtung, Haus gegenüber. Nollosch nicht da stehen bleiben. Ja, ja, ja. Könnte eine Weste hier brauchen, wenn einer was sieht. Also hier zwei, mindestens. drüben auf meinem Markt. Eine Weste noch eine Heile. Ein Dreier... äh äh... Dreier Weste. Boah. Die müssen alle zu euch, fast. Ich glaub die. Eigentlich... Eigentlich... Eigentlich müssten wir jetzt noch schnell die... Ja, wir müssen rüber, ne? Rüber, ja. Jetzt wäre es cleverste. Denke ich auch. Der Club da. Da. Fuck, fuck, fuck. Äh... Der Marker. Da ist was drin. Ah, shit. Okay. Wir können dann nach rechts... Ja, wir gehen einfach. Ja, äh... Ich hab's gesehen, oben im oberen Stück. Mhm. Kann's ja. Aber die schießen nicht. Die kriegen's nicht mit. Sehr gut. Ja, Osten. Bei mir, bei mir, komm. Leicht dich an. Aus unserer Richtung. Aus unserer Richtung. Bei meinem Marker hier. Stahl. Stahlträger. Ah, nu. Komm rum. Der ist tot. Die kommen rum, Isi. Irgendeiner hat... Irgendeiner getötet, dass meine Nocta tot ist. Ich weiß nicht, wer das war. Ich weiß nicht, wer das war. Wahrscheinlich der im Haus da, ne? Dann müssen wir gleich... Puschen, wie man sieht. Wir können rechts hier rechts spielen, glaube ich noch. Ich weiß nicht, wie da die Mauer so ist. Hier ist Steps. Äh, Schule. Von der anderen Seite vor sich. Links, links neben uns, Steps. Das war der letzte. Schön, aber ein Cent. Und jetzt in dem Haus da, auf jeden Fall. Hab ich da was gehört? Ich weiß nicht genau. Spiel so, als wenn du was gehört hattest. So viele sind ja ja nicht mehr. Ne, ne, vier andere noch. Einer muss man an der Straßenseite gucken, vielleicht. Stopp, stopp, stopp. Die höre. Blöde Zone. Gut für euch. Ihr habt die perfekte Zone. Ja, wir haben die perfekte Zone. Einer hat hier Beute verlassen. Sitz hier. Dort. Ich bin am Marker. Die müssen vorher raus. Ihr habt hier, könnt ihr uns entspannt spielen. Oben. Oben Baragat. Ihr dürft euch jetzt nur nicht vorher durch. Aber wie sagt's, hier rechts drin, ne? Da müssen wir aufpassen. Ihr müsst nur... Also, links ist euer größere Problem jetzt erstmal. Oben links. Nice. Zone läuft los gleich. Rückswurf, vielleicht hörtet der was. Oh, der ist anerkannt abgebreitet. Der war knapp. Der muss los. Die müssen jetzt kommen. Siehst du? Die sind alle drüben. Ihr habt nur noch einen da drüben. Alles was da drüben. Feuer frei. Wer auch immer da ist. Granatenhändler. Nice. Chicken dinner. Nice. Leute. Sehr geil gespielt. Ich geh mal kurz. Strollanieren.